Großer Fisch! In den Kescher! Ein wunderschöner Fisch, oder? Der Spot hier sieht wirklich perfekt aus. Oh, da war definitiv ein Biss diesmal. Oh, ärgerlich, schade. Ich glaube, das ist eine der größten Bachforellen, die ich an einem wilden Fluss je gefangen habe. Ich habe doch gesagt, ich präsentiere euch heute noch eine Forelle.